Hallo. Hallo. Hallihallo. Hallo. Noch zwei von Suche? Nach einigen kleinen Zwischenfällen geht's weiter. Ja. Ja. Gucken wir uns das hier an. Oh, das mag. Das ist unfair. Ja. Wieso? Weil ich noch leer zu gucken muss. Du musst doch nicht. Du, Nuno, nimm die Zwischenfälle, Nuno, aufnimm das. Ach, ich brauch doch den Zwischenfakt nicht. Du auch, du nimmst den. Wir müssen die sammeln. Oh Mann, haben wir gewonnen. So ein Versuch noch. Hä, nee, wir müssen die nicht sammeln. Doch. Das ist unser Score, steh doch da. Wie, das ist unser Score? Das ist so im Sinne von, wer ist der Beste von euch? Egal, nimm den trotzdem einfach. Wollen wir am Plattenspieler hin? Nee, mach ich. Geht doch. Oh. Oh. Ich bin ein Zwischenfakt hier. Wer ihr euch fragt, warum ihr andere Audiosfakt hinbauen, das liegt ganz einfach daran, dass wir eine Minecraft-Standard-Musik wie ihr sicherlich mitkriegt hat, nicht dauerhaft läuft. Also die normale Hintergrundmusik. Mann, komm wir wirklich nicht. Gut, ja. Hat es gesch... Geht mir so auf den Sack hier. Ohne Scheiße, wenn das jetzt nochmal... So, das ist die letzte Challenge jetzt. Wow, I didn't expect you to make that farce... Ich hab die Challenge schon geschafft, tut mir leid. Was hast du gemacht? Damit... Dein Pfeil da dran geschossen. Achso, man soll da ein Pfeil dran schießen und probieren wir das für die Aufnahme auch nochmal. Easy. Das ist schonmal... Nice. Das macht euch schonmal richtig Spaß. Du musst mal auf mich warten, ey. Ist er schon geschossen? Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich dich abgeschossen. Ja, ist schon offen. Oh, wir sind einfach die Kings. Klar sind wir die Kings. So, was haben wir hier? Nimm mal den Sack mit, Nuvo. Nimm mal den Sack mit. Oh, jetzt. Jetzt. The next stage is a little trickier. Try to shoot the targets, then the door will open and lead you to your next challenge. Ich will ja nicht probieren. Fail. Weißt du was das Problem ist? Ich habe keinen Bogen mehr gefunden. Auf den Feldern müssten wir ja höher springen, aber das geht hier ja komischerweise nicht. Achso, stimmt. Aber... Irgendwie nicht so, ne? Nö. Irgendwas funktioniert hier bei der Map nicht oder es funktioniert auf den Server nicht. Bedenfalls hier die Server Einstellungen. So wie er so gesagt hat. Machen wir das einfach mit Game Mode. So. Hey. Warte. Warte, ich... Warte, ich... Warte, ich gebe so lange... Wir haben mal einen Fall und Bock nur. So. So. Hä? Wo hat man jetzt aufgemacht? Wo müssen wir hin? Hoch. Ganz hoch. Ja. Gut, dass es echt scheiße ist für uns nicht. Was machen wir da? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass nicht so viel von dem Zeug noch kommt, weil sonst macht sich das ganz schön behindert. Lieber Zuschauer... Was holen müssen wir? Ganz hoch. Ich will Zuschauer, falls wir ihn haben hier. Achso. Na auch. Ich will Zuschauer, falls wir ihn haben. Wir haben schon wieder geschaut. Wir haben schon wieder geschaut. Ich will Zuschauer, falls wir ihn haben. Ist doch schon weg. Oh ne Loche bitte. Checkpoint. Next challenge you need to hit the touches while racing in the Minecraft. Oh. Oh nein, meine Loche. Nein, meine Loche. Das werden wir fahren. Die ist einfach ohne mich gefahren. Was ist von der scheiß Loche hier? Hä? Wie willst du das treffen? Deck ganz schön, gell? Aua. Fahr mal schnell. Der Schlea ist Loche. Ja eins ist getroffen. Ja, meine Loche. Ja, das ist die Alleinfahrnte. Hö! Vollschlang! Oh, das war ja einfach. Was? Das war ja einfach. Das war ja einfach. Das wird doch ein bisschen besser mit jetzt. Geht? Die Map wird doch schon mal cooler. The creepy boy says that was tricky, wasn't it? Bla bla bla, cheated. Was? Ich hab nicht gecheatet. Ehrlich? Wir haben das alles professionell hingekriegt. But you reach for your next challenge. But you reach for your next challenge. It will be the worst in hardest thing. Wieso? I still have to do. Checkpoint. Aber wie ihr seht, der Checkpoint müsste uns ja eigentlich hier schlafen legen, wenn mich alles täuscht, aber das funktioniert ja auch nicht. Also ihr müsst wissen, wir spielen jetzt Minecraft Version 1.7.9. Ja. Wie es auch dort steht, und da stand da auch, wir sollen das machen. Aber es funktioniert komischerweise nicht. You will die, if you have. Ach so, das ist jetzt hier dann extra Raum einfach nur. Also wenn du hier Angst vor Pilze hast, wirst du sterben, weil hier so viele Pilze sind, ja? Schade. Hab ich nicht. So, was haben wir hier? Bibliophoria. Fear of books, Aetherman. You are. Nein. Ich hab auch keine Angst vor Büchern. Nicht Angst. Oh. Was steht hier? Ja. The water-based challenge. Jaaaa. Jaaaa. Woohoo. Hehehe. Da wehnt. Da wehnt. Ah, ist Schiebel abgerinnter. Oh, fertig. Wir haben ja das in irgendwelchen Mips schon mal erwähnt. Oh, hier. Someone hier. Siehst, hier bin ich einfach mal übelst, äh. Oh, wo bin ich hier? Was war da drinnen denn da drüber? Ja, das ist verhackt. Bro, du walt uns verhackt wenigstens so. I know, this wasn't all. Was? Habt ihr das schon geschafft? Ja. Hahaha. Er hat, er hat, er hat geschrieben, er findet das Labyrinth langweilig Sinn. Ja, hat doch recht. Hallo. Schneller. Ich krieg schon Schaden, beeil dich. Ja. Ich bin schon im nächsten Raum. Das macht ihr den in den Büro wieder mit. Oh. So, Checkpoint. Oh, ich schick da. Oh, ich schick da. No, so my challenge are on. How can you get past? Warte mal. Hehehehehe. 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 Hehehe. Hehehehehe. Hehehehe. Was verstehst du an Warte mal eigentlich? Hehehehe. 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 Find a way to. Hehehehe. Oh, nee. Oh, einfach mal durchlaufen. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. wochen brauchst du irgendwas vielleicht ein zieler punkt wo du dich hinsetzen kannst weil so allemal bitte ins bett legen danke dann können wir anfangen warte ich muss mal schlafen so alles klar was steht jetzt hier hallo getpasst das lava vor das wird einfach mal mit durchspringen habe ich ja einfach nur das kann man nicht schaffen wenn man hier stellt sich mit damage irgendwo rein rennt ich habe erfahrung ich habe keinen pfeilbogen mehr richtig so oben ich halte auf das brauche ich immer nur aus dem buch aufgesammelt haben nicht was ich würde nie buchen aufbüren ihr werbein scheißbogen er wird er mit dem Weg zu den Weg finden r fürchterlich ich werde das ist auch Ja, keine Ahnung. Sicherlich ist das in irgendeine Richtung, was man hier springen muss. Ich hab Pfeile. Ja, das war mal eine Pfeile. Also müssen wir hier einfach runter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du hier irgendwo hin bist, entweder hoch oder runter. Ihr müsst das halt mal mitprobieren und nicht einfach nur rumstehen. How can you get past this lava pool? Was bedeutet das eigentlich? Wie können wir die überwinden, ja? Ja. Man zieht immer so leicht, weil ich kann sich identifizieren, was es sein soll. Okay, nach oben geht's nicht. Nach links vielleicht. Ne gut, nach links auch nicht. Nach rechts vielleicht. Oh, es geht einfach nur geradeaus durch. Hä, hab ich auch schon probiert. Ja, aber ich hab's gesehen, weil ich bin ganz nach oben geschwommen, wenn du ganz nach oben und nach vorne schimmst, siehst du. Hast du schon, ich hab's jetzt nicht durch. Welcher Pizza hat mich denn da jetzt gerade von hinten erschossen? Ah, du hast recht, wenn man ganz oben geht, jetzt sieht man's. Ja, aber ich frag' ich bloß, wie kommt man da durch? Das ist eine... Deine... Ich hab' Was? Ich war, ich war in dem Wasser drinnen. Hä, wo ist denn das Wasser? Damit, damit du durchkommst. Wieder am Wasser gestorben. Ja. Gehst du einfach nur geradeaus, oder was? Ja. Da stoße ich bei mir irgendwo unten an. Ne, ne, du musst mit der Lehrtaste mit. Wieder am Wasser gestorben. Drückst du da dauerhaft Lehrtaste oder was? Ne, 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 wie, wenn du Bandjob machst. Achso. Hm. Okay, ich schaffe das nicht. Ich verstehe nicht, ich komme da auch nicht hin. Ich war schon wieder in dem Raum drin. Ah, okay, ich weiß, wo es ist. Hast du das jetzt auch mal gesehen? Ne, ich bin jetzt kurz vorm Raum gewesen. Aber ich weiß nicht. Eine ganze Zeit kurz vorm Raum. Das ist doch unmöglich. Jetzt ist... Oh, was ist denn? Das ist manchmal komisch, wenn die Ticks vom Durchschwimmen kommen. Wie meinst du? Na, manchmal fängt es direkt an mit dem ersten Tick, wenn du in der Lava bist. Damage manchmal aber erst fünf Stunden später. Ne, ich sterbe immer, dass ich in Wasser bin. Bis dann habe ich meistens noch voll Herzen. Ich verweise. Ich komme natürlich mal hin. Ich bin noch nie ins Wasser gekommen. Ich hoffe auch nicht. Doch, da steht ein Entertour und da steht ein... Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich bin immer Wasser. Ja, da sehen tue ich das auch. Ja, ich bin immer Wasser drin irgendwie. Da liegt es einmal in Hardlakes. Das kann doch schon wirklich sein. Okay. Ich schaffe das nicht. Ich würde sagen, den ja irgendwo ein Knopfchen, der vielleicht anschließen muss oder so. Geschafft. Ne. Wie? Echt? Ja. Checkpoint. Ich habe im Endeffekt einfach nur eine Leertaste gedrückt. Dass ich da oben geschwommen bin und dann von oben raus... Ey! Ja, das mache ich die ganze Zeit. Ich bin trotzdem gestult. Checkpoint. Did you think... Wieso ist der halt eigentlich schon rüber? Weil der ist immer sehr irritiert. Das ist ja frisch. Ne, ey. Zu die scheiß Lava, chillig. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur mit übelst viel Glück verbunden. Weil ich hatte jetzt eine halbe Herzen, als es im Wasser war. Komischerweise. Na gut. Ey, jetzt habe ich meine Freunde nicht mitgenommen. Scheiße. Go through the door to see the next challenge. Now a simple question. Do you trust me? Was haben wir hier? Go through the door to kill you. Okay. Okay. Was war da drinne? Ja, ja. Ich muss das eigentlich gehen. Weil hier im Command-Block steht mit Effekt irgendwas. Aber... Ich würde sagen... Telepoddier jetzt einfach her. Ja, tut es weg, liebe Leute. Ja, irgendwie funktioniert es hier mit der Map nicht so. Hier ist halt auch ein Effekt, komm. Echt? Ja, okay. Irgendwie funktioniert es nicht so, wie es soll. Aber ist die Folge nicht wieder vorbei, ja, oder? Ja, okay. Nö, noch nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns die nächste Challenge erstmal nochmal an. So, was haben wir denn hier? Steht hier irgendwas? Diamanten haben wir hier. Ich habe einen Stack mit. Das ist bestimmt irgendwie... Achso, du musst die Diamanten auf die Dinger sicherlich wäre. Mach ich. Habe ich. Jetzt 2 auf. Ja. Sehr gut, Checkpoint. Ich glaube, es ist Zeit, Ich würde sagen, wenn du kommst hierher, äh, hier. So, if you want to save him, just accomplish the next few challenges. Alles klar. Aber ich würde sagen, bevor es in den nächsten Challenges machen wir eine Pause, Wir sehen uns morgen wieder. Genau. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020